Hallo und willkommen zu meinem Video. Heute werde ich den Hundefutterschrank meines Hundes aufräumen und euch ein bisschen zeigen, was sich sonst noch darin befindet. Falls euch das interessiert, bleibt dran und viel Spaß beim Video. Das ist schon mal ein grober Überblick. Also wie ihr seht, ganz viele verschiedene Sachen, die wir jetzt erstmal rausholen werden. Hier unten drin waren außerdem auch noch so ein Maulkorb, den brauchten wir damals, als wir mit ihm in Italien waren, weil das irgendwie wohl teilweise in manchen Strändgebieten Maulkorbpflicht ist. Und ja, noch so ein paar Kleinigkeiten, wo wir nicht ganz genau wissen, so kleine Leinen und seine Schermaschine, wohin genau damit. Deswegen ist das auch noch im Schrank. Falls ihr euch jetzt fragt, was das für ein Pulver ist, das ist ein Ochsenzimmerpulver und das machen wir manchmal auf sein Futter, wenn er das verweigert oder wenn ihm das irgendwie nicht so gut schmeckt. Und so ist jetzt das Nachherbild. Hier oben habe ich jetzt noch die kleinen Leckerchen reingetan und außerdem ein bisschen aussortiert. Da hatten wir noch ein paar Futterproben, die er überhaupt gar nicht mochte. Und dann haben wir auch noch ein Tiefkühlfach, wo seine Barfsachen drin sind. Kann ich euch trotzdem mal zeigen. Hier haben wir dann so eingefrorenes Rohfleischfutter, was aber teilweise halt schon gemixt ist. Und das hier sind jetzt Pansen. Manche hier Lampansen, die sind jetzt ohne Zusatz. Also die muss man, da muss man dann selber noch Leinöl und sowas hinzufügen. Hier haben wir auch noch Hunde-Eis drin. Zwei Sorten. Und davon gebe ich ihn jetzt einmal. Zwei Sorten. Zwei Sorten. Vielen Dank.